Liebe Ina, lieber Thomas, nachdem ich die Karten ordentlich durchdimmst habe, können wir die ersten aufdecken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Karten. Huch, das bin ja offensichtlich ich. Die zweite Karte, das sind meine beiden Söhne. Die dritte Karte, wow, meine drei Enkel. Diese Karte, das ist der Joker. Die große Unbekannte. Könnte ja auch mein kleines Schwesterchen sein. Die Herzdame, das ist die Ina. Und der Herzjunge, der Thomas. Nun, zu meinen Visionen, zu meinen Wünschen, zur Zukunft. Wir ziehen uns zurück. Übrigens, alles Kerle. Offensichtlich sieht man zum Beispiel am Hosenschlitz. Ihr seid jetzt gefragt. Ina? I. Und Thomas? Tum, dum. T. I. T. Das ist unsere Zukunft. Und, übrigens, ein guter Anfang. Überholen. Ohne Einholen. Und, übrigens, ein guter Anfang. Und, übrigens, ein guter Anfang. Und, übrigens, ein ... Untertitelung des ZDF, 2020